Heute geht das Video um unsere SVG-Sidebar. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video 2018. Heute geht das Video um unsere Sidebar. Was heißt diese lustige SVG-Animation, die so von der Seite reinfährt und wieder rausfährt und sich so ein bisschen lustig verhält. Das Ganze, wie gesagt, war relativ simpel und... Also simpel in dem Sinne, dass es noch nicht funktionell funktioniert. Das Ding zu bauen war nicht so simpel, finde ich. Auf jeden Fall geht es heute darum, daraus ein wirkliches Menü zu erstellen. Wie immer findet ihr unten in der Videobeschreibung alles Nötige, um das Material zu verfolgen im Prinzip. Und wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu Discord. Dort sind mittlerweile 300 Leute, die sich um das Thema Web beschäftigen, Fragen beantworten, Kritik äußern, sich Feedback einholen und so weiter. Weswegen schaut einfach mal vorbei und legen wir mal los mit der Sidebar, was Vernünftiges anzustellen. Auf geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es, wie gesagt, um den zweiten Part unserer Sidebar, beziehungsweise das Video, was wir letztes Jahr schon begonnen haben. Total lange her. Im Prinzip werden wir hier einfach aufsetzen und werden dieses Jahr mal etwas ruhiger starten mit einem relativ basic-mäßigen Tutorial, mehr oder weniger. Das heißt, wir werden eigentlich nur ein bisschen HTML, CSS und JavaScript schreiben, beziehungsweise JavaScript wirklich ultra minimalistisch. Wir werden drei Zeilen verändern, nicht mal neu schreiben, wir werden es verändern. Und das Ganze bringt uns eigentlich nur von diesem Punkt, also von dieser schönen gummiartigen Sidebar hin zu diesem Punkt, ebenfalls einer schönen gummiartigen Sidebar. Allerdings mit ein paar Elementen, wie zum Beispiel hier einem kleinen Namen, einem Menü-Namen und hier oben einem Logo. Wenn ich draufklicke, haben wir ein Menü und ich kann das Menü öffnen und schließen, wie ich Lust und Laune habe. Das Ganze ist relativ cool und geht wirklich einfach. Und grundsätzlich möchte ich zwei Sachen sagen. Erstens, ich werde weiterhin Atom nutzen, allerdings werde ich alle weiteren Videos auf CodePen hochladen, sofern es das Video, beziehungsweise das Thema des Videos zulässt. Wenn wir in naher Zukunft mal irgendwelche komplexeren Sachen machen, würde vielleicht CodePen nicht mehr ganz ausreichen. Allerdings für diese Art von Videos, das heißt einfach so kleine Elemente, die lustige Sachen machen können, werde ich in Zukunft CodePen nutzen, weil es einfach, denke ich, für euch einfacher ist, dort den Code zu verstehen. Wer sich fragt, hey, warum entwickelt der nicht gleich einen CodePen, mag ich einfach nicht. Also es ist einfach besser, in der eigenen Entwicklungsumgebung zu schreiben, als auf einer Website. Ich habe damit einfach nur Probleme, deswegen mache ich das einfach nicht. Und ja, damit legen wir jetzt einfach direkt mal los. Und das Erste, was wir machen müssen für unser Video, ist, wir brauchen hier oben das Logo. Was heißt, das machen wir ganz einfach mit einem Image-Tag und sagen hier drin dann Class und sagen hier Logo. Das heißt, unser Element kriegt eine Logo-Klasse. Und ich habe im Vorfeld hier schon einen Image-Ordner erstellt mit einer Logo-SVG. Das füge ich jetzt hier einfach ein, was heißt der Image-Ordner. Und hier sage ich Logo.SVG. Das wird wahrscheinlich später bei euch in CodePen nicht funktionieren. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich kein Logo sehen. Das liegt dann aber einfach daran, dass praktisch das Logo hier einfach nicht richtig verlinkt wurde. Beziehungsweise ich es einfach nicht extra hochlade, nur dafür, dass man es dann praktisch bei CodePen sich angucken kann. Das nächste, was wir brauchen, ist eine Sidebar. Das heißt, hier haben wir jede Menge Elemente. Wir haben das Menü, wir haben hier das Logo. Das Ganze muss in einem Eltern-Objekt liegen, mehr oder weniger. Und dazu erschaffen wir uns jetzt ein Side-Objekt, also eine Sidebar. Und sagen, hier drin haben wir ein Diff-Objekt mit der Klasse CallToAction. Hier drin steht dann praktisch Menü. Das heißt, das ist dieses lustige kleine Feld hier, was verschwindet, wenn man es aufmacht. Was praktisch jedem User nochmal sagt, hey, das ist das Menü. Auch wenn sie es vielleicht nicht direkt verstehen sollten. Das nächste, was wir haben, wir haben eine Navigation, in der befindet sich eine Unordered List. Jetzt habe ich natürlich ein paar zu viele Elemente gemacht. Also toll gemacht, Auto-Vollständigen. Hier drin haben wir ein Listen-Objekt, ein Link-Objekt und hier drin steht jetzt einfach beispielsweise Home. Das Ganze können wir uns jetzt einfach kopieren fünfmal. Sagen hier das letzte ist Kontakt. Das davor ist Leistungen. Leistungen. Hier ist Portfolio und hier ist About, was heißt, wieder so eine typische Portfolio-Seite. Das Ganze speichern wir jetzt ab und gucken uns mal an und wir sehen gar nichts. Doch, wir sehen was? Wir sehen da hinten so ein ganz klein bisschen Text, was aber sofort verschwindet, sobald ich mit der Maus in dem Browser-Fenster bin. Das ist natürlich den Grund, weil unser Gummi-Effekt zuschlägt. Aber mehr müssen wir unsere HTML-Datei auch gar nicht verändern. Und ja, das Ganze ist eigentlich im Prinzip auch schon so weit alles, deswegen können wir das hier einfach schließen. Ah nein, wir müssen hier noch eine Klasse hinzufügen und zwar die Sidebar. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Normalerweise, wer auf dem Stand des letzten Videos war, im Prinzip, dort haben wir diesem SVG-Objekt die ID Sidebar gegeben. Die löschen wir jetzt hier raus und fügen die unserem Aside-Objekt hinzu. Und das hat den Grund, da wir jetzt unseren Trigger für diesen Effekt, dass es praktisch auf und zu geht, auf unser Aside-Objekt legen. Und das machen wir, indem wir diese Variable in unserer Function JS, die wir ja letztes Mal schon angelegt haben, die praktisch sich schon auf diese Sidebar-ID bezieht, nehmen und einfach hier unten bei unserem Event-Listen austauschen, so praktisch, dass das jetzt darauf liegt. Das nächste, was wir machen müssen, wir müssen auch nur dafür sorgen, dass unsere neue Sidebar im Prinzip, die unsichtbare Sidebar, die da drüber liegt, ein neues Attribut bekommt und zwar eine neue Klasse. Und deswegen sagen wir hier einfach ClassList.Add und sagen hier OpenSidebar. So, das heißt, wir fügen jetzt unserer Sidebar eine neue Klasse hinzu und sagen hier Remove Sidebar. Und so haben wir praktisch unsere gesamten JavaScript-Part schon abgeschlossen. Aber was genau habe ich jetzt vor? Man muss sich das Ganze so vorstellen. Wenn ich hier jetzt in das fertige Objekt reingehe, sehen wir hier unser Aside-Objekt. Das liegt ziemlich bündig genau über unserem orangenen Feld. Und wenn ich hier jetzt reinklicke, dann wird unser Sidebar größer. Das heißt, unsere Sidebar liegt außerhalb des Monitors. Das heißt, wir verschieben im Prinzip die Position und legen die über unsere Gummi-Sidebar einfach drüber. Deswegen muss jetzt praktisch in Zukunft auch unsere Side, also unsere neue Sidebar, das Ganze triggern. Und hier unten ist im Prinzip nur noch dieser nette Effekt. So, aber wie machen wir das jetzt? Das machen wir über CSS. Und das Erste, was wir hier machen, ist, ich füge hier Font Size 10 Pixel hinzu. Und das hat den einfachen Grund, dass ich in Zukunft in diesem Video oder auf diesem Channel nur noch RAM nutzen möchte. Und deswegen habe ich jetzt hier auch gerade aus 300 Pixeln 30 RAM gemacht. Das ist einfach eine deutlich angenehmere Art, Maßeinheiten zu schreiben, weil es einfach eine relative Maßeinheit ist zur Gesamtgröße hier. So, aber was müssen wir jetzt machen? Und als erstes sagen wir, unser Logo soll gestylt werden. Was heißt, wir wollen jetzt unser Logo etwas anpassen und sagen hier als erstes Position Absolute. Das nächste sagen wir Top 2 RAM. Wobei wir sagen hier nicht Absolute, wir sagen hier auch Fixed, damit es beim Scrollen oben bleibt. Hier sagen wir Left 2.5 RAM, Z-Index 3, damit es über unsere beiden anderen Sidebars kommt. Ups, sagen hier Width 5 RAM und sagen Höhe ebenfalls 5 RAM. Das Ganze speichern wir jetzt ab, aktualisieren und zack, unser Logo ist da. Das nächste, was wir machen möchten, ist, wir müssen unsere Sidebar positionieren. Was heißt, wenn ich jetzt hier reingucke und auf unsere Sidebar gehe, auf unser Aside-Objekt, dann seht ihr, dass das oben noch nicht Horizont, also es ist Horizontal und nicht Vertikal. Und das müssen wir jetzt anpassen. Und zwar sagen wir hier einfach Aside, das heißt, wir definieren jetzt unser Aside-Objekt, sagen hier erstmal Transition All 250 MS. Da das Ganze ja später animiert wird, sagen Position Fixed. Ups, sagen hier Top 0, einfach, dass es halt ganz oben zentriert ist. Sagen hier Bottom ebenfalls 0, damit es auch 100% Höhe bekommt. Wir sagen Left, ups, Left minus 20 RAM. Das heißt, wir ziehen das Ganze 20, also 200 Pixel, 20 RAM raus und sagen hier with 30 RAM. Das heißt, unsere Sidebar ist größer als das, was wir im Prinzip rausziehen und so immer ein kleines Stückchen zu sehen. Und als letztes faken wir noch unseren Cursor, Cursor, Pointer und Done. Jetzt aktualisieren wir das Ganze mal. Wir sehen natürlich noch nichts. Wenn ich hier jetzt aber reinklicke und auf unsere Sidebar gehe, dann seht ihr, dass unsere Sidebar jetzt komplett die Fläche überdeckt. Und wenn ich hier draufklicke, aktualisieren wir mal. Wenn ich hier draufklicke, passiert allerdings noch gar nichts. Und was hat das für einen Grund? Ah, wir haben hier natürlich unser Z-Index von 3 vergessen. Das Ganze ist sehr wichtig. Es stimmt gar nicht 2. 2, oder? Müssen wir mal gucken. Ja, 2. Was heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass unser Side-Objekt über unsere eigentlichen SVG-Grafik liegt. Und das haben wir jetzt gemacht. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann seht ihr hier, haben wir jetzt Open Sidebar bekommen. Und unsere Sidebar hat sich allerdings nicht vergrößert. Was heißt, sie ist immer nur 110 RAM zu sehen. Das Ganze müssen wir jetzt noch anpassen. Und zwar sagen wir jetzt, okay, wenn unsere Sidebar sich öffnet, also wenn Aside die Klasse Open-Sidebar bekommt, dann soll etwas passieren. Und zwar sagen wir Left 0. Das Ganze aktualisieren wir jetzt noch mal. Gucken hier rein. Okay, unsere Sidebar überdeckt exakt unsere Gummigrafik. Wenn ich hier draufklicke und hier nochmal gucke, okay, sie überdeckt jetzt exakt die Grafik. Und wir sehen hier oben auch schon diese ganzen Elemente, die sich in der Sidebar befinden. So, das Nächste, was wir machen müssen, ist als erstes zu definieren, was eigentlich unser Call-to-Action macht. Was heißt, unser Punkt CTA, unser Call-to-Action, müssen wir jetzt ein bisschen anpassen. Als erstes sagen wir hier Position Absolute, Top 50%. Dann sagen wir Write 3 RAM, also der Abstand von links. Und als nächstes sagen wir Transform Rotate minus 90 Degree, damit sich das Ganze so ein bisschen, ups, das ist natürlich nicht richtig so, damit sich das Ganze so schön auf die Seite stellt im Prinzip. Das Nächste von Size 2 RAM, Color ist einfach weiß. Dann von Style mache ich jetzt mal ganz faul einfach nur Sans Serif. Das heißt einfach keine Serifenschrift, weil das sieht schrecklich aus. Von Size 2, das habe ich ja schon, muss ich gar nicht nochmal machen. Das ist natürlich unübersichtlich. Und hier sage ich natürlich auch Transition All 250 MS. Das Ganze speichere ich jetzt ab, aktualisiere und wir haben hier unser Menü drin und hier von Size natürlich. Und das funktioniert jetzt auch schon wunderbar. Allerdings blendet es, wie ihr seht, nicht so richtig aus. Beziehungsweise, wenn ich es hier draufklicke und schließe, führt es einfach alles zu Bugs. Und das funktioniert natürlich nicht so richtig gut. Das heißt, irgendwas stimmt hier noch nicht so korrekt. Ich muss mal testen. Geht auf, geht zu, geht aber nicht wieder auf. Das heißt, irgendwo haben wir einen Fehler. Wahrscheinlich in unserer Function JS. Oh ja, natürlich haben wir hier einen Fehler. Das muss natürlich Remove heißen. Aktualisieren wir nochmal. Und jetzt funktioniert es wunderbar. Allerdings soll unser Menü ausblenden. Das heißt, dafür müssen wir jetzt sorgen, indem wir im Prinzip einfach nur sagen, ja, was soll passieren, wenn das Ganze Aside Punkt diese Klasse bekommt im Prinzip. Die nehmen wir uns jetzt einfach. Zack. Und sagen, in dem Moment, wo es diese Klasse hat, soll der Call to Action ebenfalls ein neues Attribut bekommen. In unserem Fall Opacity. Ups. Opacity 0. Das heißt, es soll einfach nicht mehr sichtbar sein. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, wenn es da ist, soll es natürlich sichtbar sein. Was ist mit diesem Optimize? Seit wann kommt das als Meldung? So. Das Ganze aktualisiere ich jetzt mal. Klicke hier drauf. Es ist, ups, die muss natürlich sichtbar sein. Sonst sehen wir natürlich nichts. Es ist sichtbar. Ich klicke drauf. Es verschwindet. Es ist sichtbar. Es verschwindet. Es ist sichtbar. Und es verschwindet. Das Ganze sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Als guter Last machen wir einfach nur noch hier oben unsere standardmäßige Menüanpassung im Prinzip. Und dafür müssen wir jetzt ein paar Sachen erstellen. Und zwar als erstes. Als erstes sage ich Aside und sage hier wieder, wenn es praktisch dieses Element bekommt, dann soll unserem Nav-Element etwas zugewiesen werden. Und zwar Opacity 1. Was heißt, in dem Moment soll unsere Navigation sichtbar werden. Sonst machen wir nämlich einfach Aside, Nav und sagen hier Opacity. Das muss ich echt umstellen. Das ist ja so nicht machbar. Opacity 0. Was heißt, es ist normal nicht sichtbar. Und hier machen wir noch so ein paar Standardsachen, wie zum Beispiel Margin 20 Rem. Von oben halt, links, rechts, unten 0. Padding machen wir auch auf 0. Weite sagen wir 100%. Und Opacity haben wir schon. Das Ganze passt so. Das nächste, was wir natürlich noch machen müssen, ist hier zu sagen Transition 250 MS All. Das heißt, auch das hier soll ja später schön animiert werden. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier aktualisiere und hier draufklicke, seht ihr, dass das Ganze hier wunderbar im Prinzip angezeigt wird. Allerdings noch nicht so richtig. Was heißt, wir kopieren uns jetzt das hier. Machen das runter. Sagen hier, sprechen wir die UL an, also unsere Unordered List. Sagen Margin 0. Sagen Padding 0. Sagen weiter 100%. Dann kopieren wir uns das nochmal. Das wird jetzt etwas dauern und sagen, wir haben hier unseren Listenpunkt. Dem wollen wir ebenfalls ein paar Attribute zuweisen und sagen wir ebenfalls Margin, also den Außenabstand auf 0. Sagen hier ebenfalls Padding. Allerdings sagen wir hier, nach oben hin wollen wir 0,5 Rem. Nach links wollen wir gar nichts und nach unten wollen wir auch 0,5 Rem. Und nach rechts wollen wir gar nichts. So, das nächste sagen wir List. Das heißt, wir wollen keine Bullet Points vor unserer Liste haben. Sagen weiter 100% und sagen Text, Line, Center. Das Ganze aktualisieren wir jetzt einfach mal und zack, unser Menü ist jetzt hier schon mal zentriert. Und als guter Letzt kopieren wir uns noch einmal diesen Punkt hier. Scrollen wir ein bisschen hoch. Sagen hier, wir haben unseren Listenpunkt, unseren Link im Prinzip. Sagen hier ebenfalls Transition 250 MS. All Color sagen wir, das wird weiß. Dann das nächste, was wir machen, ist Text Decoration None. Was heißt, wir wollen einfach diese Unterstriche von dem Link weg machen. Hier ebenfalls von Family Sans Serif. Und hier sagen wir ebenfalls von Size 1.6 Rem. Für alle diejenigen, die sich fragen, was Rem bedeutet, ich habe da vor kurzer Zeit, oder letztes Jahr besser gesagt, ein Video gemacht, was alle Maßeinheiten erklärt. Was heißt, dort könnt ihr dies einfach nachlesen, falls ich die Frage im Laufe des Videos gestellt haben sollte. Hier sehen wir jetzt die Punkte. Wir können jetzt natürlich einfach noch das Ganze kopieren. Hier runter machen. Hier sagen ein Hover. Das machen wir alles raus. Das machen wir alles raus. Und sagen hier, das Ganze soll schwarz werden, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Ich öffne es, gehe mit der Maus drüber. Und zack, haben wir unsere wunderbare, voll funktionsfähige Sidebar, die so eigentlich auf jeder Webseite genutzt werden könnte. Man könnte jetzt auf das Logo noch ein Bild legen, also einen Link legen, um zurück zur Startseite zu kommen, was aktuell ziemlicher Standard ist. Allerdings hat man so schon mal ein Menü, was vielleicht auf diese Weise, ich denke mal, auf relativ wenig Webseiten zu finden sein wird. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Alles Nötige findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Und natürlich auch einen Amazon Affiliate-Link, falls ihr diesen Channel mit ein, zwei Euro unterstützen möchtet. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachbauen und wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Bis bald. Ciao.